Guten Morgen! Im Team etwas verwirklichen. Bei der DZ-Hyp haben Frauen und auch Männer die Möglichkeit, Familie und Beruf ganz prima unter einen Hut zu bringen. Wir wollen die Themen der Bankenwelt greifbarer machen. Vor allem als Trainee wird man sehr gut betreut. Man kann sich ausprobieren und vorankommen, egal welche Erfahrungen man mitbringt. Dass man als IT-Lehrerin dann Freiraum hat, sie zu entfalten und damit etwas in der Bank zu bewegen. Wir sind Innovationstreiber in der Branche. Die DZ-Typ baut den Digitalbereich stetig aus. Weil ich ein Teamplayer bin. Vielen Dank! Bis zum nächsten Mal.